Bist du bereits 8 Jahre alt und bereit für ein Abenteuer mit viel Spaß? Dann ist das Paddy-Siedelteam-Programm genau das Richtige für dich. Geh online auf www.paddy.com und finde ein Live-Center in deiner Nähe. Noch bist du ein wenig nervös. Was erwartet dich? Doch schon am Eintritt ins Live-Center fühlst du dich wohl. Die Herzlichkeit des Tauchlehrers nimmt dir alle Bedenken. Dein Tauchlehrer erklärt dir in anschaulicher Weise, wie spannend das Atmen unter Wasser sein kann. Der Paddy-Siedelteam-Kurs hat verschiedene Aquamissions, wie zum Beispiel Fotografie. Dein Tauchlehrer erklärt dir auch, wie man die richtige Ausrüstung auswählt. Jeder Kopf hat eine andere Größe und Form. Eine Maske zum Beispiel muss richtig sitzen. Bereits an der Oberfläche ist das Atmen durch den Lungenautomaten möglich und macht manchmal ganz spezielle Geräusche. Wie verständige ich mich unter Wasser? Da man unter Wasser nicht sprechen kann, ist man auf Handzeichen angewiesen, welche du auf einfache Weise lernen wirst. Jetzt bist du bereit für das Abenteuer. Die Sonne scheint, die Spannung steigt. Bevor es ins Wasser geht, erklärt uns der Tauchlehrer nochmal alles. Ganz genau. Im Neoprenanzug fühlt sich das Wasser überhaupt nicht kalt an. Endlich kriegen wir die Flasche auf den Rücken gepackt. Atmen unter Wasser. Wow! Ich fühle mich wie ein Fisch. Für unter Wasser gibt es ganz spezielle Spielzeuge, wie zum Beispiel ein Gummitorpedo. Ups, daneben. Gar nicht so einfach, genau durch die Ringe zu führen. War das toll! Und ganz bestimmt nicht das letzte Mal. Bist du auch bereit für das Abenteuer? Dann wende dich jetzt an für das Paddy Shield Team Programm. Bist du auch noch..... für ein ein Fisch.